Also alle Gebote einzeln, aber auch als Einigkeit zu erfüllen und das wohlwollend, bedeutet, wenn ich einmal reich wäre, was würde ich mit meinem Reichtum tun, wenn ich einmal reich wäre, was würde ich mit meinem Reichtum tun? Und dann könnte ich sagen, ich werde trippeln, 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 wie so ein junger Dambu, der in Freiheit, die Liebe, in der Schweigsamkeit, verstehst, und in der Liebe, im Vollzug des Lebens versucht, alle Gebote gleichzeitig wohlwollendlich zu erfüllen und in der Freiheit, liebevoll, im Silenzium, allein zu trippeln. Und die Schmetterlinge waren damit, verstehst, alle Schmetterlinge, drei Stück, schau, weiße Zitronenfalter, und in die Freiheit würde ich, in der Freiheit und in der Schweigsamkeit, allein, als schlagender Wanderstabur, würde ich sagen, fühle mich gut, verstehst, drei Schmetterlinge, weiße Zitronenfalter, wie immer, verstehst, folgen mir mein Leben lang, ist so, verstehst, immer, wenn ich mit Zuversicht, den Wanderl und an Dad Kennedy, an John F. Kennedy denke, und manchmal Fürbitte einlege, dann fallen mir immer weiße Schmetterlinge, weiße Daumen, und die Greifvögel, der Adler, der entschlossene, die Oberbefehlsgewalt, verstehst, dass sich kein Glied brechen lässt, nicht eines. Und ein Schuss, ein Treffer, verstehst.